Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest mit Chantal, Freddy und dem Hund. Ahoi. Ahoi. Ich habe keine Ahnung, ob meine Gerüstung bei mir komplett drauf ist, weil es gerade extra eben gelaggt hat. Ja, also kurze Startupdate. Wir wollten eigentlich nach Dings gehen, Megar, Tegäada, wo wir die Quest verpasst haben. Aber dann ist dem guten Fischio gefallen, oh, ich muss ja morgen früh raus, wir können das doch nicht machen. Und auf dem Weg habe ich kurz mein Spiel mitgebracht, dass ich ein Tod mehr, weil ich nicht mehr rechtzeitig geschaut habe, wieder in das Spiel reinzugehen. Und jetzt ist den Harp hier. Ja, ich habe auch ein Tod mehr, weil bei mir das Spiel einfach manchmal lag. Ich drücke gerade X zum Sprechen. Dein Hund fehlt, dein Eichenherz fehlt. Tut es gar nicht, tut es gar nicht. Bis wohin sind wir gekommen eigentlich? Ähm, gucken wir auf die Karte und nicht weiter. Also ein paar Meter weiter, ja. Komm, wir hauen hier nochmal allem aufs Maul. Gibt ja Punkte. Okay, ich bin gleich sowieso tot. Ich bin tot! Nicht ganz, oder? Doch! Also ich heile gerade hoch durch meinen Heiltrank, aber der Server ist glaube ich nicht so ganz stabil. Eigentlich schon. Ich habe mich gerade geheilt und bin gestorben. Und ich habe noch im Sterben geheilt. Ich meine, ich sterbe instant bei den Viechern. Ich konnte nichts mehr was machen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe auch gerade ziemlich viel Schaden bekommen. Irgendwie sind die Viecher ein bisschen heftig. Bisschen Korkau. Bisschen Korkau ist das. Frey ist natürlich wie immer noch weitergelevelt, das ich. Und wenn wir ein bisschen schweigsamer sind, sorry. Wir haben gerade schon eine Runde Garrys Mott hinter uns. Ja, ich bin eigentlich nicht schweigsam deshalb, aber... Ja, ich habe wohl nichts zu erzählen bei uns daran. Ich kann auch gerade... Ich kann einfach gerade nicht mehr reden, Alter. Ja, und ähm... Äh, wann habe ich es letztes Mal aufgenommen? Vor zwei Wochen oder so? Ist auf jeden Fall schon lange her, aber ich weiß noch ungefähr alles. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich werde diesen Part so oft sterben, Alter. Ich brauche, um dieses Spiel reinzukommen, immer so lange. Ich weiß auch nicht, warum. Ist ein bisschen anstrengend. Sorry dafür, dass ihr mich bei meinem Kanal immer nur sterben seht. Ich bin auch irgendwie gerade nicht so ganz bei der Sache. Ja, der eine Part heißt, dass er sterben, das Leben und Sterben, der LaFischi. Ernsthaft? Ja. Ja, Part C war es, glaube ich. Als wir in dem Höhlenkomplex waren, die ganze Zeit gestorben bist. Okay. Ja, bei mir ist der Part ja irgendwie keine Zeit für Titel. Ja, der wird wahrscheinlich auch immer so heißen, oder? Ja. Oh, jetzt ist er froh. Ich benenne ihn nie etwas um. Schwul. Nein, ehrlich. Was hat das für Ehrlichkeit zu tun? Wenn ich einmal einen Part so genannt habe, dann bleibt er so. Ach so, ja, weil du einfach keine Zeit hast. Ich ändere ja auch niemals mehr die Beschreibung. Außer vielleicht noch einen Link einfügen von dir. Also ich hatte, ich hatte ruhig Zeit, ne? Ich hatte nur keinen Bock abends noch. Lass mir einen bitte über. Danke. Weißt du, wo wir jetzt hinkommen? Keine Ahnung. Olivenheim. Ich kann auch da unten ein Messer werfen. Chillig. Hallo. Ja, das ist dein Heim, der dort oben auf dem Hügel brennt. Wir müssen jetzt die Nebemann kommen. Er hat sich gerade auf die Brücke gebacken. Angemessene Opfergabe. Komm. Weißt du noch, welcher Gegner hier auf uns wartet? Ja. Was denn? Ein Monster. Und hier brennt... Warst du an den Brunnen schon? Heilung. Äh, nein. Doch war ich. Ja, die haben richtig schlechte FPS. Die sind gerade nur auf 35. Maximal. Oder 20. Ach und übrigens, Leute. Ich habe mir ein wunderschönes neues Album bestellt. Ich habe es bestellt. Okay, du hast es bestellt. Ich habe es über Freddy bestellt. Was jetzt hier gerade dick neben mir im Schrank steht. Es ist das Album von Crow. Darf keiner wissen, was für ein Album das ist? Crows Album. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich auch nicht. Das heißt bestimmt, äh, Crow, Yolo, Swag, Swag. Nein, das heißt bestimmt einfach eine Panda-Bärchen. Hat Crow schon ein Album? Ich weiß gar nicht. Klar. Ich glaube, Crow hat ein bisschen mehr als ein Album. Panda-Bärchen. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Ach, jetzt hast du es erst verstanden. Oh, Mann, das war gerade so zweideutig. Verstehe ich nicht. Und das Album ist bestimmt 15 Jahre alt. Ich hoffe, sie sieht dieses Video niemals. Sie wird mich für Ewigkeiten vom Server brennen. Wird sie nicht. Das traut sie sich nicht mal. Sie könnte mich einfach wie, äh, Rainbow Dash 100.000 Mal slayen. Ist doch schön. Rainbow hat, äh, Vaser 100.000 Mal geslayt. Ich habe es, ich sehe, kein Problem. Alle anderen schon. Äh, falls ihr nicht wisst, worüber, worüber wir reden, könnt ihr auch nicht. Es gehört gar nichts an. Es kommt, es kommt, es kommt, es kommt. Es kommt. Nacken. Das ist das nette Viechlein, von dem wir die ganze Zeit reden. Von dem er die ganze Zeit redet. Ich rede von was ganz... Was zur... Hab dich geheilt, glaube ich. Nein. Jetzt habe ich dich geheilt. Ich habe mein Wurfmesser natürlich nicht getroffen. Hm. Warum brauchst du Hilfe? Ach, schade. Warum hast du keinen zweiten Hund? Hab ich doch. Wo? Oh. Der Schamage, der Stummkopf. Alter, ernsthaft, mal, die ist gar nicht mehr so stark. Nein, ist ja nicht... Nein, ich sterbe ja nur. Ich habe ja nur alles getaget und sie weggelockt. Danke. Netter Heal. Ich habe sie getötet. Du hast mir kein Heal gegeben. Ich habe versucht, dich zu heal, aber dich nicht getroffen. Zum Glück habe ich sechs FPS und ich spawne nicht. Du lootst jetzt natürlich alles weg. Mach mal ein Portal auf, bitte. Hast du? Ja, gleich hin. Sechs FPS, danke. Ich weiß, du hast mir alles weggenommen, oder? Waren bestimmt blaue Waffen. Nein, da war wirklich keine blaue Waffe. Es war nicht mehr eine grüne dabei. Ich habe alles mitgenommen, was irgendwie Wert hatte. Du kriegst natürlich gleich die Hälfte. Äh, hast du deinen Olivenzweig mitgenommen? Ja. Gut, weil bei mir liegt er dann noch. Mach mal bitte da unten ein Portal. Kein Bock zu laufen. Du bist ein Asi. Hast du? Nein. Nein. Ich bin nicht mehr unten. Brauchen wir die überhaupt? Du hattest ein Portal, du Held. Ja, aber ich wollte da nicht durchgehen. Ich wollte laufen. Hi. Ahoy. Alter, das lag so schlimm da oben. Bei mir grät es gerade. 25 habe ich gezahlt. Bei mir portst du dich einfach hin und her. Bleib mal bitte stehen und geh mal durch ein Portal. Also durch meins. Also, porte dich jetzt einfach zu mir. Ja, warte. Schlag mal zu. Ich habe hier so ein Wunder... Ich bin gerade im Portal. Wie gesagt, ich habe hier gerade so ein wunderschönes neues Album stehen. Und das ist echt hammergeil. Jetzt schlage ich zu. Ja, jetzt geh mal einen Schritt. Ja, ist wieder normal. Das Album heißt SB. Und es ist von B. Wer jetzt weiß, welches Album ich habe. Außer gewisse Menschen, die es schon wissen. Sieh du? Genau. Übrigens, meine Sturmwelle ist jetzt wirklich OP. Warum? Weil ich relativ oft geworden hätte. Oh, Höllenhunde. Ich liebe Höllenhunde. War da oben eigentlich noch was, wo wir noch hingehen konnten? Nein. Ist das ja echt ein Nebenportal, oder? Also Nebenweg meine ich. Ähm, ja, ist es. Ich glaube, diesen Part nenne ich das Leben und Sterben des Freddy. Warum? Weil du schon zweimal gestorben bist. Also einmal im Part und einmal aus. Ja, das eine Mal sterben zählt aber nicht, weil ich da, äh, einfach rausgetappt bin. Übrigens, Burger King ist ekelhaft. Ist auch so. Und Assi, wir könnten ihr jetzt hier eine Geschichte erzählen, aber ich glaube, dann könnten die uns verklagen, weil wir sie einfach beleidigen. Ja, warum können sie das verklagen? Wir können sie dafür verklagen, dass sie uns das nicht gegeben haben. Okay, also wir waren eben bei Burger King halt nach der Fahrschule und dachten uns so, ja geil, sind ja momentan die Probierwochen oder wie die Dinger heißen halt. Und wollten uns halt so ein paar Chicken Nugget bargeholen für 99 Cent und Freddy noch ein paar Chicken Nuggets an sich. Und dann sind wir da so und Freddy bestellt und die Alte mal so, ja, tippt das so ein und dann bekommt er die Preise so 1,40, 1,40. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch nicht in allen Restaurants. Ich habe was mal zusammengerechnet und wenn der Chicken Burger, äh, wenn die Nuggets nicht so teuer sind, dann kommt es mit den 6 Euro auch besser hin als ohne das, weißt du? Also vielleicht... Mit welchen 6 Euro? Äh, die ich gestern bezahle, so ein bisschen mal in Frage. 3 Euro hast du gesagt. Nein, ich habe gesagt 6 Euro. Du hast bei mir bei Burger King gesagt 3 Euro. Nein. Doch, hundertprozentig, dein Grab steht, mein Grab steht da noch. Ich habe, ich habe gesagt, dass, äh... Also, Assi tut, ist wieder alles weg. Ja, normal. Ich habe nichts gekriegt auf dem Gesundheitstrang. Ja, ich habe gesagt, dass es, äh... Dass ich für, äh, meine drei Sachen 3 Euro bezahlt habe. Ja. Und mein Vater hat sich ja noch ein Dings geholt in der in Baking. Der ja auch ein Angebot ist. Achso, okay. Naja, jedenfalls war das ziemlich Assi. Jedenfalls dachten wir, dass halt, ähm, die Sparkings bei uns momentan so da sind. Und haben uns drauf gefreut, sind da extra hingegurkt und dann kam... Nö. Nope. Nein, einfach nur. Übrigens, mein Gepäck ist voll. Meins nicht ganz. Naja, jedenfalls, äh, bin ich deshalb ein bisschen angepisst von Burger King und weil ich, ich sag jetzt mal nicht wegen Burger King, aber... Ich sag jetzt auch nicht wegen eines Burgers von Burger King, weil das nicht nachgewiesen ist, aber ich war im Krankenhaus und die Leute haben mich gefragt, was ich gegessen habe. Ich meinte, so ein Burger. Die haben gefragt, ja, von Burger King. Ich meinte so, ja. Die meinten so, achso, okay. Weißt du, die fragen mich einfach, nachdem ich ins Krankenhaus komme, ob ich einen Burger von Burger King gegessen habe. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen gemutmaßt, aber es ist nicht unbedingt unauffällig. Ich meine, warum fragen die einfach? Ja. Und da bin ich mit echt heftigen Magenkrämpfen ins Krankenhaus gekommen. Das war echt unangenehm. Bist du sicher, dass wir die Schreine nicht zusammen aktivieren können, dass wir beide den Effekt bekommen, weil wir haben es vorher nicht geschafft, weil wir da nicht in einer Gruppe waren? Können wir nochmal machen, aber jetzt hast du gerade eh mehr Erfahrung als ich. Also, ist es nur fair. Du hast ein Erfahrungsschrein? Ja. Achso, es ist fair, wenn ich mehr Monster töte und weniger sterbe. Okay, ciao. Okay. Es ist fair, wenn ich mehr Erfahrung habe, weil ich weniger sterbe und mehr Monster töte. Okay. Und du einen besseren PC hast, wegen dem es nicht so lag bei dir sollte zumindest und es trotzdem tut. Ja, 26 FPS, 25 FPS. Was ist bei dir los? Ich habe selbst 24. Ja, scheiß Sumpfgebiete. Die machen nie richtig Probleme, wenn ich aufnehme. Hast du ja auch schon so oft ausprobiert, ne? Was? Sumpfgebiete Probleme machen. Ja, Sumpfgebiete und das Feuer eben gerade auch, also Haltgebiete mit so Effekten. Ja, wahrscheinlich den Nebeleffekt, ne? Ja, Nebele, oder? Alter, wieso machen die so viel Schaden? Die machen mir fast gar keinen Schaden. Also hier habe ich jetzt gerade wirklich kein Problem. Okay, ich habe zwei Magier an der Backe. Hast du gestorben? Ich habe hier vier Schildkröten oder fünf. Okay, Schildkröten sind mies. Und ich treffe den Gegner übrigens dank deinem Server nicht, danke. Kann der euch gerne. Okay, der eine heilt den anderen. Ja, warum sehen meine Fähigkeiten aus? Das hier ist mega assi, ey. Hier sind zwei Magier, einer heilt sich selbst und seinen Kumpel und kann Feuerzauber machen. Ach, stimmt, ich bin gestorben, deshalb. Noch ein Schildkrötenpanzer. So schnell haben alle getötet. Schildkrötenpanzer habe ich, ne? Glaub nicht, ich habe die auf jeden Fall immer. Können wir gucken dann. Übrigens, weißt du, was schon wieder nicht aktiviert ist? Was? Rechenherz und Hundis. Gehen wir eigentlich schon wieder zwei komplett unterschiedliche Wege? Ich habe eine Waffe für dich, die aber relativ schlecht ist. Wie schlecht? 26 bis 23 Schaden, 10% durchschlag. Geschwindigkeit schnell, 3 bis 6 Kälteschaden, 25% Angreifsagilität. Die ist voll gut, bis 23 sind gute Schwerter. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Von du her. Nein, hier liegt noch was, was ich mitnehmen will. Ich kämpfe gegen Schildkröten, ich komme nicht so schnell weg. Die Verlangungsam ich immer. Ja, ich kann es mitnehmen. Und wir haben ja noch eine Waffe für dich im Übergabe-Reich. Hast du sie reingepackt? Glaube ich, ich weiß es nicht genau. Du kannst dich aber auch ranstellen. Bleib mal stehen! Da! Entschuldigung. Angefunden. Oh, ich bin saumäßig müde. Ich kriege bestimmt richtig, richtig Stress. Oh, 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 oh. Was? Hier ist eine magische Bestie. Also ein Bossmann sozusagen. Der alte Schnapper, der ist hier immer, oder? Ich weiß es nicht genau. Du Wikscher, du bist beiseite gegangen. Jedenfalls lässt er immer in den Schildkröp anzufallen. Ich wollte den auch haben. Ja, was hab ich denn? Du Puschatten Arsch doch. Ich was? War da oben eigentlich noch was, was er nicht erkundet? Da, wo du lang gegangen bist. Äh, ne, da hab ich alles gesucht, ich nur. Nimm mal den Trank mit. Ich hab nicht mehr Platz dafür, ich hab nur 15 Tränke. Ich lass mal einen Energietrank nehmen. Wo bist du mit der Erfahrung? Mh, fertig gleich. Ah, okay. Wo bist du? Ähm, hinterm Waffenwechsel. Also sozusagen kurz vorm Helm. Okay. Schlammführst du, dreckige Muschkabot. Durch den level ich jetzt. Ja, hab's gesehen. Packe ich einen auf Stärkern, einen auf Gesundheit. Und dann scale ich meine Gaunereihe. 25, Alter. 5 mal 4 Punkte. Mach ich meinen Wurf. 4 Geschleckigkeit, ne ich brauch das Leben, ey. 10 Stärke, 47 Energie. Dann noch einen auf meine Geschäften klingen. Alter. Brauchst du einen 36er Helm? Du hast keinen Platz mehr. Äh, ja. Hat aber 126 Stärke erforderlich. Ich hab 130. Ja komm her. Ich bin neben dir. Ich bin echt ein netter Mensch. Ich hab den derbs schlechten Helm, Alter. Die derbs schlechteste Rüstung. Deshalb sterbe ich auch so oft. Alter, die erfordern alle Stärke. Ich hab auch noch ne Rüstung für dich. 36er. Mit was? Weiß ich nicht. Hab ich nicht gelesen. Ich hab nur plus 6 Stärke eine jetzt. Und ne 32er Beinschienen hab ich auch noch. Ich hab noch ein 27er Helm. Der braucht nur 60 Stärke. Äh, nein. Ne 90 Stärke und hat plus 11 Stärke. Ja, gerne. Den, das nehm ich. Ich hab's jetzt zwar nicht angeboten, aber nimm ruhig. Ich hab nur gesagt, dass ich ihn hab. Na sie. Wartest du kurz auf mich? Ne. Ich war auf dich gewartet. 6 Platz mal hier irgendwo? Scheiße. Das hat jetzt genau nichts gebracht. Ich glaub ich pack mal kurz zurück und verkaufe. Ja mach das, ich komm mit. Ich hab grad genau so viel Platz gemacht, dass ich nochmal schnell wohin kann. Ja bevor du durch dein Portal wieder raus gehst, lass mich mal bitte durchgehen dann. Ich hab noch übrigens alle Miloten. Bisschen mehr. Hier muss man mal folgenden Titel ausdenken. Ich bin sicher, dass ich genau das habe, wonach du suchst. Das größte böses Pinnengetier. Fertig. Natürlich. Das ist glaub ich jetzt wirklich so. Das muss ich mal aufschreiben. Das ist schlecht. Ne, der hat die Gänze hier wirklich nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Schwertbrüch auch nicht mehr. Das ist schlecht. Die Rostumat. Olivenhai. Verkauft. Ähm. Äxte nimmst du nicht mehr? Sei gegrüßt! Ne. Wird verkauft. Armband brauchen wir nicht. Heiltrank. Ich hab den ersten Schildkröten, fand's er jetzt fertig. Hast du noch Bogensehne? Weiß ich nicht, muss ich gucken, warte. Ich glaub nämlich schon. Ähm. Schlechten Schild. Mal einen schlechten Helm. Schlechten Bogen. Schlechten Bogen. Schlechte Rüstung. Die 36er Rüstung. Ich weiß nicht, soll ich jetzt... Ich könnt noch einmal auf Stärke skillen oder mir irgendwas mit Stärke dazunehmen halt. Oh, ich kenn die. Geil. Die brauch ich eigentlich auch nicht. Hast du 120 Stärke? Nein, 114. Ich kenn nämlich doch die hier. Äh. Ich könnt mir jetzt schnell 120 Stärke machen. Ja, aber ich hab einen 33er Beinschutz. Jetzt hab ich 121. Dafür hab ich nur meine Perlen aufgegeben. Ich hab jetzt die Kloppekeule. Energie, 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 Energie. Energie rein und Energie rein und wir haben eine Geil-Generation. Ich weiß nicht. Du wirst gar nicht verkaufen. Den kann ich versorgen. Ja, keine Platz für den schwer beladenen Reisen. Den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Den kann ich verkaufen. Rahter's vorbei. Ich wärs. Ähm. Wäre ganz nice, wenn er euch gefallen hat Wenn nicht, schreibt mir, warum nicht Ähm Jo Freddy, möchtest du noch was sagen? Jo, ähm, ne Jo, ähm, ne Jo, dann würde ich sagen, haut rein, Leute Bis zum nächsten Mal Haut rein, ciao Ciao